Hallo meine Lieben, es gibt Neuigkeiten auf unserem YouTube-Kanal und zwar gibt es jetzt die Möglichkeit bei uns Kanalmitglied zu werden. Was bedeutet das für dich? Also zuerst mal für alle Abonnenten, es ändert sich nichts für euch. Unser YouTube-Kanal wird normal weiterlaufen mit den ganz normalen wöchentlichen Videos, aber YouTube hat jetzt die Möglichkeit, dass wir als Creator, also als YouTuber, noch intimer und näher in Kontakt mit unseren Zusehern und Zuseherinnen sein können. Und da gibt es die Kanalmitgliedschaft. Und wir haben hier drei Stufen für euch, drei Möglichkeiten Kanalmitglied zu werden. Das erste ist der Prinzessinnen-Club und das ist halt für treue Fans, da kriegst du ganz spezielle Logos und neue Emojis von uns, die du verwenden kannst. Und aber auch, deine Kommentare werden bevorzugt beantwortet. Der Grund ist, ich bekomme jeden Tag sicher 100, 150, 200 Kommentare und ich kann nicht alle beantworten. Ich möchte aber gerne und deshalb würde ich gerne einfach all unseren Zuseherinnen, die beim Prinzessinnen-Club dabei sind, diese Beantwortung möglich machen. Also schreib mir und ich antworte. Und deine Themenwünsche werden auch bevorzugt. Das heißt, wenn du sagst, Petra, mach ein Video über, ich weiß nicht, Dating mit einem Bindungsangst-Mann, der schon zweimal geschieden ist oder sowas, dann mache ich gerne ein Video direkt für dein Thema. So, das wäre die erste Stufe. Dann die zweite Stufe ist der Königinnen-Club. Da hast du alle Vorteile der vorigen Stufe, aber du kriegst auch Status-Updates, Fotos von mir geschickt und es gibt ganz exklusive Videos nur für dich. Und zwar laden wir für unseren Königinnen-Club, laden wir all unsere Coaching-Videos hoch. Wir haben eine riesige Sammlung von Coaching-Videos, also sicher, tu, wir haben sicher die, also hunderte Coaching-Videos, die dann bis zu einer Stunde lang sind, wo du dir ansehen kannst. Live-Coachings, die wir gehalten haben, aber auch Coachings zu bestimmten Themen. Also wir haben da wirklich, das sind immer eine 45 bis 60 Minuten lange Folge über. Zum Beispiel interkulturelle Beziehungen oder Dating, wenn man schon Kinder hat oder Dating ab 50 oder die Entwicklung des Mannes, Rückzugsphasen, wie verliebt er sich und so weiter. Also wirklich detailliert, wo man oft, im YouTube-Video können wir nicht so ins Detail gehen. Du weißt ja, auf YouTube ist ein Video mit 10 Minuten wird schon als lang empfunden von den Zuseherinnen. Aber wenn du wirklich Lust hast auf mehr Coaching, ist der Königinnen-Club absolut das Richtige. Und dann haben wir noch unseren Göttinnen-Club und was wir hier zusätzlich anbieten, also im Göttinnen-Club hast du alles von den anderen beiden Stufen, aber wir machen auch Live-Chats und Live-Streams. Also da kannst du dann, hast du dann die Möglichkeit mit mir wirklich zu sprechen und deine Frage zu stellen und wir können wirklich direkt ganz live quatschen miteinander. Ich kann dich unterstützen, dabei dein Ziel zu erreichen. Also, meine Lieben, da unten findest du die Informationen, da kannst du dich anmelden und kannst das natürlich auch jederzeit, kannst auf eine andere Stufe umsteigen oder jederzeit ändern, wie du das möchtest. Und natürlich für uns als Creator, als YouTuber, ist das natürlich eine Riesenunterstützung, die uns ermöglicht, noch mehr Zeit in YouTube zu investieren und noch mehr für euch da zu sein. Also, ich freue mich, wenn du dabei bist, lass es dir gut gehen und wir sehen uns im nächsten Video.